hallo freunde draußen an den endgeräten und willkommen zu einer weiteren allgäu doom review heute geht es um die band century und ja es ist ja klar für eine bestimmte gemeinde für eine bestimmte für ein bestimmtes klientel der metal community sind manila road wahrscheinlich eine der größten bands die jemals diesen globus durchwalkt haben in ihrer musikalischen epischen waschmaschine und mark schelten ist nicht weniger als ein metal gott und so sollte es eigentlich auch sein weil manila road eine der wenigen bands es gibt sie natürlich also wenn ich mal sage eine der wenigen dann können das trotzdem fünf oder zehn oder auch 20 sein eine der wenigen heißt einfach unter diesen millionen bands die es gibt eine der wenigen bands die bei denen man sagen kann dass das sie die metal flamme das was den metal in uns allen ausmacht hochgehalten haben vor allem mark schelten natürlich durch seine seinen speziellen gesang durch seine unaufhörliche liebe zu der musik die er gespielt hat zu diesen epischen momenten und seinem gitarren spiel und wenn es heute um century geht dann wäre es natürlich logisch dann ist der elefant im raum wie man so schön sagt ist dann manila road weil viele auch davon sprechen dass wir es hier mit diesem debüt von century mit der nachfolge band von manila road zu tun haben und es stimmt gleichzeitig und das stimmt natürlich auch gleichzeitig nicht es ist natürlich klar brian patrick der singt seit 2011 bei manila road hat seit 2001 11 seit 2001 bei manila road gesungen am anfang noch ein bisschen drums gespielt und dann immer mehr den mark unterstützt im gesang und mark hat den gesang an den brian auch abgegeben weil er als er in seine 50er jahre kam verschiedene sachen einfach nicht mehr so konnte wie früher dieses schöne nasale dass man entweder liebt oder hast von mark und brian hat natürlich inhaliert was mark schelten so wie er seinen seine epischen gesangslinien aufgezogen hat und brian brian ist natürlich für viele logischerweise auch die stimme von manila road geblieben neben mark natürlich das ist ja so ein doppeldingens aber da hat es eben ganz gut funktioniert diese wachablösung sozusagen dass der meister seinem sohn dem siebten sohn des siebten sohnes sozusagen sein geheimnis seine epische flamme mitgibt und von 2001 auf dem album atlantis wo er noch ein bisschen drums gespielt hat bis 2017 to kill a king das ja das offiziell letzte album von manila road war und dann haben wir noch den neu die der seit 2013 dabei ist seit dem album mysterium und den phil ross der eigentlich nur bei der letzten scheibe to kill a king 2017 dabei war aber natürlich auch live sich ein bisschen in dieses manila konzept hinein gearbeitet hat und wenn wir über sandry sprechen müssen wir natürlich auch über die zwei band den zweit ableger von manila road sprechen savage oath nämlich da spielt dieser phil ross bassist der spielt da auch bass und ableger ist natürlich immer ein bisschen falsch aber savage oath ist zum beispiel ähnlich wie sandry eine band die natürlich die verbindung durch phil ross hat aber darüber hinaus eben auch ein episches konstrukt also im epic metal epic power metal lassen wir das power mal weg machen wir mal weg das sind nämlich bands die wirklich dieses dieses epische tragen weil power metal ist im moment so ein schwieriger begriff da haben unterschiedliche leute unterschiedliche vorstellungen davon deswegen eigentlich war power metal mal so das ding was heavy metal im endeffekt sein soll das ist es längst nicht mehr unterscheiden zwischen europäischen power metal und amerikanischen power metal deswegen lassen wir das jetzt mal lassen wir es einfach bei der epic und savage oath würde ich euch jetzt auch gerne in die kamera halten aber da ist es wirklich ist auch ein ganz hervorragendes werk das empfehle ich euch wenn ihr sandry mögt und manila road mögt und all diese bands um also diese epischen bands dann ist savage oath mit ihrem debüt auch zu nennen das problem ist ganz einfach ich habe es bis jetzt nicht geschafft ein tonträger es gibt es nicht auf vinyl und es gibt es natürlich auf cd aber ich wollte das vor kurzem auf bandcamp eben bestellen und die hunde wollen doch wirklich die cd kostet ganz normal 14 euro aber die hunde wollen 26 euro gebühr damit man es versendet und das ist schon irgendwie und ich verstehe es nicht weil ich habe auch schon ich bestelle auch manchmal aus amerika natürlich kostet es ein bisschen mehr porto aus als aus europäischen ländern aber 26 euro das ist schon wirklich dafür eine platte würde ich sagen okay das ist halt heutzutage so aber da stimmt irgendwas nicht mehr mit unserem internationalen postverkehr und die leute sollten viel mehr aufbegehren gegen dieses gegen diesen scheißdreck weil ich weiß es noch in den 2010 an habe ich ganz ganz viel mehr aus amerika kommen lassen für ganz normales geld also drei euro sonst irgendwas was ist auch in europa kostet ich weiß nicht was in der zwischenzeit passiert ist ausreden gibt es viele die leute hauen einfach willkürlich irgendwelche taxes drauf ist auch egal savage aus habe ich auf jeden fall deswegen nicht da ich kann sie ich hoffe dass es in zukunft vielleicht irgendwie eine europäische distribution gibt und aber sentry haben wir sentry und ja wie gesagt und dann haben wir noch den den eric kalt schmidt der irgendwie neu dazu gekommen ist an der gitarre und der ist hauptsächlich bekannt von hier masters of disguise der spielt natürlich ähnlich wieder neu die auch auf ganz vielen ganz vielen unterschiedlichen bands iron sport zum beispiel was der koko was später neu die man weiß es manchmal gar nicht aber die bekannteste ist natürlich masters of disguise der eric kalt schmidt ist natürlich ein veteran des traditionellen metals und der passt hier wie die faust aufs auge und die haben ja dieses cover also ja gut das ist natürlich weil meine lampen da sind jetzt ist dunkel deswegen blende ich es euch ja ein ist irgendwie der rabe und wer mark schelten und manila road kennt der weiß dass der rabe mark scheldons lieblingstier war weil er ein großer edgar allen poe fan war und edgar allen poes gedicht the raven natürlich irgendwie hier abgebildet wird mit den toten schädeln also und dieses ganze album ist eine reminiscenz beziehungsweise es ist nicht manila road das will ich gleich sagen aber für alle die manila road liebten so gerade die letzten alben die letzten vier alben die werden da nicht groß natürlich vermisst man mark scheldons einzigartiges gitarrenspiel und dass der irgendwie der eric kalt schmidt der spielt sehr sehr gut gitarre aber man hört eben dass es nicht mark schelten ist also das ist der unterschied ansonsten atmet dieses album selbstverständlich den geist alter manila road macht aber manche dinge neuer also wie soll man das beschreiben wenn manila road kennt und liebt dann ist es natürlich auch was für euch aber man darf jetzt nicht den fehler machen zu denken man bekommt hier manila road 2.0 weil die band durchaus irgendwie den nicht den oder beziehungsweise den fokus schon darauf legt dass sie eine eigene band sind und das ist ja auch richtig so weil es natürlich das erbe das wird sie immer irgendwie durchforsten aber das ist kein erbe das man abschütteln müsste weil das halt nun mal wirklich die überlebenden von manila road sind und ja und am 27 juli 2018 auf headbangers open air mark schelten halt von uns gegangen aber die band hat dann ein tribut gespielt ein manila road tribut und sich da eben zusammengefunden und gemerkt dass eine ganz bestimmte magie in dieser band herrscht und es dann eigentlich ein skandal wäre dieses fieber nicht weiter zu tragen und dieses erbe nicht weiter zu tragen weil immer wenn eine band eine gute chemie hat dann ist sie eigentlich fast schon verpflichtet weiter zu machen und gerade was dieses epische ding betrifft also manila road ist beendet und natürlich schmerzlich beendet das ist ähnlich wie bei solchen bands wie motorhead und also bands die es nie wieder geben wird und wo es vielleicht dann nur doch tribut bands gibt und alles mögliche und das wollen wir ja verhindern wir brauchen neue bands obwohl das jetzt natürlich auch schon halbwegs altes alles alte hasen sind aber wir brauchen leute die wieder in diese diese leere füllen und wenn manila road gegangen ist dann füllen sie dann ähnlich wie sirius uncle ja auch wer soll denn diese lücken füllen was haben wir denn dann wir haben einen riesigen verlust zu beklagen trotzdem der metal natürlich eine große pluralität hat und es eigentlich für jeden etwas gibt und es gibt natürlich auch epische epische sachen die die gut sind aber die meisten epic metal bands oder beziehungsweise die jungen metal bands die epische dinge einbauen die bauen dann ihre epic in den black metal ein oder oder in den doom ein und da bin ich nicht immer so einverstanden gerade auch im doom bereich und wir sprechen hier auch ein bisschen von doom dieses werk hat mehr vom 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 doom vom epischen doom von epic metal doom als es im endeffekt von den manila thrash hat der so ende der 80er jahre irgendwie wenn er die alten werke von manila road kennt und hier zum beispiel der der fünfte track awakening da ist das ist zum beispiel eine thrash granate der hat diese thrash einflüsse die manila road ja auch hatte trotz aller epic immer auch diesen doom epic und dieses epische doom oder wie auch immer wir es nennen aber auch immer wieder diese thrash kante hatte diese speed kante hatte die manila road ja gut so geschichte sich gestanden hat und das ist hier auch beim awakening ansonsten ist es ziemlich mit tempo pastig dass der brian eben auch seine epische stimme auspacken kann und er macht hier einen ausgezeichneten job und ich glaube patrick hat das erste mal auf einem album komplett durchgesungen sonst hat er sich ja das immer noch ein bisschen mit dem mark schelten geteilt hier singt er das erste mal ein album komplett durch und macht eine hervorragende figur obwohl er ja auch schon über 50 ist und eben wie schon sagte es ist genau das alte zeitalter das lebensalter in dem mark schelten gesagt hat ich muss den gesang ein bisschen abgeben und mark hat das infiltriert er ist tatsächlich der das will er vielleicht nicht hören vielleicht ist es auch ein bisschen böse aber ich meine es positiv dass er derjenige ist der sich die flamme in den hals gesteckt hat die mark schelten ihm gegeben hat hier hast du die flamme bub und dann steckst du sie dir in den hals und das hat er hier der brian patrick eben gemacht dieses album ist ist ganz ganz ausgezeichnet in seinem vortrag des epist und man muss es eben mögen und auch alle mitglieder der band haben daran mitgeschrieben es gibt hier keinen einzigen song der irgendwie so altlasten gewesen wäre sondern wirklich die band hat zusammen geschrieben und hat das zusammen intoniert und für ein debüt jetzt kann man natürlich sagen ja es ist ja kein richtiges debüt es ist immer das schwierige doch es ist ein debüt es ist ein debüt einer band die heißt sentry und es ist nicht die fortführung von manila road auch wenn das ganze album ja das ist alles ein bisschen paradox ich weiß es von mark schelten durchzogen ist wir haben hier einen track drauf funeral zum beispiel und wenn man den hört diese feierlichkeit von funeral natürlich denken sie da an mark schelten und an den abschied es ist ja auch ein bisschen eine abschiednahme wir haben dark matter wir haben die haunting walkyries raise the hammer ist zum beispiel so ein typisch klassiker black candles großartig ravens night da geht es nochmal um den raben auch eine reminiscenz an mark scheldens lieblings lieblings ding ins kirchen lieblingstier und dann natürlich incarnation of eve es ist bei high roller erschienen man würde jetzt auch sagen wo sonst und alle die heavy metal mögen und jetzt sage ich wieder was viele gar nicht so gerne haben heavy metal heavy metal den heavy metal den findet ihr hier auf sentry und ich kann mir gut vorstellen dass das ich hoffe zumindest dass das einige leute irgendwie sagen ja das muss auf jeden fall auf die jahresliste bei sentry darf nicht verloren gehen manila road war ja auch immer so eine band die wurde nicht immer so vorbehaltlos geliebt sondern es war immer ein bestimmtes klientel an leuten die manila road sehr sehr gerne hatten und jetzt muss man natürlich sagen manila road hat seit den 80er jahren natürlich auch unfassbare weiten durchlaufen und einen stil angepasst sind aber immer ziemlich eigen geblieben und ich glaube es war irgendwann mal fan rest in den 90er jahren wo er gefragt wurde es aber schon lange her gefragt wurde was er für die beste metal band überhaupt hält aller zeiten und ich glaube es war fan rest der gesagt hat manila road und viele leute hatten dann ein fragezeichen im kopf aber warum ist das so also ich rede jetzt wieder über manila road aber man kommt da nicht rum warum ist das so oder sagen wir mal so warum sind es bands wie sentry manila road serious uncle savage oath die ich gerade genannt habe die diese flamme hochhalten oder dieses epische ist es gibt es ja auch ich habe ja auch am anfang vor jahren mal ein epic metal special gemacht dass diese epischen diese epischen bands die aus amerika kamen diese us power metal epic bands warum ist das so warum ist dieses epische eigentlich so das grundsätzliche das mittel man sagt jetzt ja im mittel ist es hauptsächlich dieses rock and rolling dieses hoch die feust dieses punkige dieses ich scheiß mich nix wir gegen die anderen ding lautstärke und 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 hass hass und das mit dem hass das teile ich nicht so weil ich glaube auch dass in diesem ganzen in diesem ganzen archaischen erlebnis das heavy metal und dieses miteinander das ja eine größere bruderschaft ich meine es gibt die leute die sagen da scheiße ich drauf ich will allein im wald sitzen und in meinen 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 gegrabenes loch scheißen und bären pflücken das ist unbenommen das da will ich gar nichts sagen aber es gibt dann doch diejenigen die sich als bruderschaft verstehen im geiste eine bruderschaft im geiste hat nichts damit zu tun mit irgendwelchen uniformierten kriegern sondern eine mentalität die uns alle weltweit miteinander verbindet egal wo wir herkommen egal wer wir sind egal welchen alters welchen glaubens es gibt etwas und das ist ein emotionales zentrum für mich ist der metal ein emotionales zentrum und wenn man mit jemandem den man nicht kennt dieses emotionale zentrum teilt dann ist es vollkommen egal wie unterschiedlich man sonst seine weltanschauung hat wenn dieses emotionale zentrum passt dann fühlt man sich verbrüdert und verschwistert und der epic metal kann meiner meinung nach das am besten repräsentieren während der black metal vielleicht eben will ich nicht sagen dass das da auch so ist wir kommen ja langsam aus diesem hass gefilten raus und beschreiben die melancholische dunkelheit die schönheit und da steckt ja auch schon wieder liebe drin und da sind black metal liebe drin steckt na das würden die echten black metaller jetzt wahrscheinlich weit von sich weisen wahrscheinlich schreien mit der axt auf dich los um dich des besseren zu belehren und zu zerstückeln aber was ich mit dieser liebe meine das ist jetzt nicht diese erotische romantische liebe sondern sagen wir es mal eher mit dieser leidenschaft die leidenschaft zur natur die leidenschaft zur dunkelheit zu leidenschaft die leidenschaft zu allem was vielleicht früher mal war was ist uns als menschheit bevor wir die ziviler sind mit der zivilisation angefangen haben alles zu zerstören diese werte das heißt nicht dass früher alles besser war und früher war toll wir haben uns auch abgeschlachtet die menschheit hat sich schon immer abgeschlachtet aber diese natürlichen werte diese verbindung mit einer natur dieses epische der wanderschaft des pilgertums auch das 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 der handfesten auseinandersetzung der fairen auseinandersetzung mit dem schwert obwohl ich ganz genau weiß es gab auch hier werden es gibt nicht immer auch gab auch früher nicht immer faire auseinandersetzungen aber es war einfach nicht irgendwie dieses 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 grundsätzlich hinterfotzige des lebens was bla jetzt komme ich schon wieder vom hundertsten ins tausendstel was mit century eigentlich gar nichts zu tun hat die armen leute die ich hier bespreche dieses album das packen wir jetzt einmal mal die kuhschädel aus dass wir zu einem punkt kommen sentry sentry das erste album der nein nicht nicht nachfolge band von manila road sondern eigenständigen band die trotzdem den geist von vanila road inhaliert ich gebe vier kuhschädel von fünf kuhschädeln für dieses werk wenn ihr auf epic metal steht auf all dem was ich jetzt gerade versucht habe philosophisch ein bisschen zu hinzubappen ich gebe zu ich versuche es immer manchmal gelingt es mir manchmal gelingt es mir nicht manchmal habe ich das gefühl es ist mir nicht gelungen entscheidet selbst ob es mir gelungen ist oder nicht gelungen ist sentry four points und ja sagt mir was über eure liebe zu manila road sagt mir etwas über eure liebe zu epic metal und zu sentry im besonderen und wir hören und sehen uns natürlich wieder hier auf diesem kanal allgäudom wenn das noch nicht gemacht habt dann abonniert wenn ihr bock habt mich zu supporten wir haben einen patreon account und hört auch in den podcast rein in dem podcast haben wir auch dinge laufen die euch interessieren könnten radioshow weiß der kuckuck was was ich eben nicht als video gemacht habe wenn euch für musik interessiert seite auf allgäudom richtig heavy metal sage ich nur keep on rockin